Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute reden wir mal über ein etwas anderes Thema, was ich denke, was durchaus auch interessant sein könnte. Und zwar Filmschool. Rentiert sich eine Filmschule? Macht es Sinn, da so viel Geld reinzustecken? Kann ich das empfehlen, da hinzugehen? Ich selber habe von, lass mich nicht lügen, 2015 bis 2019, also vier Jahre lang, mit einer Unterbrechung, die eine Filmschule besucht. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, bräuchte es? Hat es sich rentiert? War es gut? Diese Frage klären wir in diesem Video. Zuerst einmal die Frage, was ist überhaupt eine Filmschule? What is a Filmschule? Eine Filmschule ist praktisch eine Schule, die variieren auch pro Anbieter. Also meistens ist es eine private Universität, in der eben alles rund um Film gelehrt wird. Am Ende kann man sogar einen Bachelor- und einen Masterabschluss machen. Ich selber habe einen Bachelor gemacht in Digital Filmmaking und bin eigentlich ganz zufrieden damit. Es gab zwar immer wieder mal Momente, wo es hieß, soll ich das weitermachen, soll ich es abbrechen oder nicht? Aber fangen wir ganz vorne an. Erstmal meine Story dazu. Ich wusste nach dem Abitur lange nicht, was ich machen sollte und habe dann festgestellt, dass ich gerne mit Kameras arbeite, dass ich gerne Fotos mache, dass ich gerne filme. Das Ganze hat sich über meinen Sport herausgestellt, über das Downhill-Fahren, dass ich das alles immer mit Kameras aufgenommen habe, sowohl GoPros als auch andere Kameras. Und dann gedacht habe ich so, ey, das könnte man auch beruflich machen. Guter erster Gedanke. Knackpunkt an der ganzen Geschichte. It's not that easy. Bei einer Filmschule lernst du meistens, also ich kann nur von dem reden, was ich in den vier Jahren erlebt habe, das ganze Paket. Das heißt, wir haben über Kameraarbeit, über Schnitt, über Audiodesign ein bisschen, 3D-Arbeit. 3D-Arbeit wird in der Uni, in der ich war, mittlerweile nicht mehr unterrichtet, also beziehungsweise ein separater Kurs, aber trotzdem ziemlich interessant. Und was haben wir noch gemacht? Musik minimal, also Tonaufnahme und Musik. 3D-Schnitt, alles Mögliche. War eine sehr gute Grundausbildung. Und das ist auch genau das, was man eben erwarten muss, wenn man zu einer Filmschule geht. Du bekommst eine Grundausbildung. Du kannst jetzt nicht nachher sagen, so, jetzt bin ich ausgelernt, jetzt mache ich das fertig, jetzt gehe ich in den Beruf. Das ist so die, ähm, ja, der Knackpunkt bei der ganzen Geschichte, den ich selber auch so ein bisschen erlebt habe. Du darfst nicht denken, dass wenn du da fertig bist, wenn du deinen Abschluss hast, wenn du deinen Bachelor hast, wenn du deinen Master hast, also ich nach meinem Bachelor, habe genau so weitergemacht wie vorher. Das ist nämlich das große Problem an einer Filmschule. Du zahlst viel Geld für diese Ausbildung. Ob das Sinn macht oder nicht, das klären wir nämlich genau in diesem Video. Oder erkläre ich dir ein bisschen in diesem Video, ob das für dich vielleicht sinnvoll wäre. Für mich war es sinnvoll. Ähm, du darfst aber nicht erwarten, dass du danach sofort in den Beruf einsteigen kannst. Weil dieses Filmbusiness ist so ein komplexes Thema. Du kannst nicht einfach einen Abschluss haben und sagen, so, jetzt gehe ich da hin. Das gleiche wird aber auch beim Mediengestalter Bild und Ton wahrscheinlich sein, wenn du da deine Ausbildung machst. Da ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher, weil du schon direkt in einem Betrieb bist. Aber von dieser Uni in einen Betrieb reinzukommen, ist gar nicht mal so einfach. Du kannst auswählen, ob du dein eigenes Ding machst, so wie ich es gemacht habe, was dann leider aufgrund von Covid eher ein bisschen im Sande verlaufen ist und ich andere Arbeiten nebenbei hatte. Du kannst ins Fernsehen gehen, du kannst in eine Werbeagentur gehen, aber hauptsächlich, bevor du in diese zwei anderen Sachen reinkommst, musst du erstmal Praktika machen. Das ist dieser Hauptgrund, den du nicht vergessen darfst. Du musst Praktika machen, weil sonst kommst du nicht in die Bereiche rein, in die du reingehen möchtest. Du kannst nicht einfach sagen, so, ich bewerte mich da jetzt beim Fernsehen und mache alles, was zählt oder GZSZ oder weiß ich nicht was, mach da Kameramann. Nein, man muss sich hocharbeiten. Und das Ganze fängt mit dem unbezahlten Praktikum an. Das ist das Allerwichtigste. Das darf man nicht vergessen, dass man dennoch diesen normalen Weg gehen muss. Das heißt an sich, mein Studium hat so wenigstens gekostet. Teuer, sehr teuer. Dann bekommst du in dieser Ausbildung, in diesem Studium die Grundkenntnisse vermittelt. Der Vorteil von diesem ganzen Studium ist, dass du Hands-on direkt an beispielsweise eine RED oder mittlerweile haben sie eine ARRI, nachdem ich aufgehört habe. Also eine ARRI Alexa Mini oder FS7. Also, dass du Hands-on an Kameras kommst. Ich konnte zum Beispiel kostenfrei, meines war kostenfrei, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, kann sein, dass ein bisschen was gekostet hat, ist schon zu lange her, einen Tiffen Steadicam Zertifikat machen. Das heißt, ich bin ausgebildeter Tiffen Steadicam Operator. So was bekommst du natürlich dann damit. Das gleiche bekommst du aber vielleicht auch bei einer Ausbildung. Das bekommst du eben nicht, wenn du es dir selber beibringst. Weil wenn du es dir selber beibringst mit YouTube, was durchaus eine plausible Option ist, musst du deine Kamera selber haben. Du musst super diszipliniert sein, das Ganze dir selber beizubringen. Sicherlich gibt es Film-Workshops im Internet, es gibt YouTube, es gibt Filmemacher, die eben Kurse anbieten. Das Ganze kommt hier vielleicht auch nochmal irgendwann. Aber ja, also es gibt sicherlich diese zwei Wege, die du machen kannst. Vorteile und Nachteile beiderseits gibt es zuhauf. Ich schaue mal kurz, ob ich jetzt mein iPad wieder funktionsfähig habe. Da habe ich nämlich meine Notizen. Weil ich bin ja Profi und bin bestens vorbereitet. Also du darfst nicht vergessen, dass das Studium echt ein Vorteil ist, wenn du selber nicht so diszipliniert oder so gut selbstständig lernen kannst. Weil du da eben Hands-on-Erfahrungen hast, du hast Leute, die es dir beibringen. Du hast Leute, die dir Tipps geben, die zum Beispiel sehen, wenn du eben in der Steadicam rumläufst und sagen so, mach mal das so und so. Vielleicht ist das ein bisschen besser, vielleicht passt das besser für dich. Oder hey, du hast schon mal eine RED in der Hand. Du kannst mit der RED umgehen. Weil tatsächlich ist so eine Kamera gar nicht so einfach zu bedienen. Oder es gibt definitiv ein paar Sachen, die du beachten musst. Und sowas ist halt ganz gut zu lernen und nicht einfach dann da zu stehen und zu sagen, oh ja, ich kenne mich damit aus, geil, RED, arbeiten wir mal mit. Ja, und wie funktioniert das jetzt? Das ist halt, auf einem Job kommt es nicht gut. Das sind so Vorteile davon. Andere Vorteile sind, dass du direkt Experten hast, die dir das beibringen. Also ich hatte zum Beispiel Schnitttraining bei einem Cutter vom Tatort. Sicherlich alles Fernsehen. Also das meiste war tatsächlich Fernsehen, was wir gelernt haben. Aber die konnten halt direkt Fallbeispiele bringen. Das ist halt super, super hilfreich. Klar, das andere gibt es in Online-Schulungen auch. Aber es ist nicht Hands-on, es ist nicht Face-to-Face. Und du schaust dir dein Video an. Also die ganzen Online-Schulungen sind ja selten mit irgendwelchen Calls. Und selbst dann kannst du nur bedingt Rückfragen stellen oder es wird korrigiert oder ähnliches. Also, ja, es ist sehr teuer. Ich persönlich kann es empfehlen. Mir hat es echt was gebracht. Und mir hat es sehr viele Erfahrungen gebracht. Ob es mir was gebracht hat, den Bachelor zu machen, weil es tatsächlich aufgeteilt war in ein Diploma und in einen Bachelor und danach hätte ich noch einen Master machen können. Hat mir der Bachelor was gebracht? Jein. Also, ja, schon, weil dort viel für Selbstständigkeit beigebracht wurde, Businessplanung. Also, es ging mehr so in die Bereiche, wenn du dein eigenes Business führst, im Vergleich zu, ja, ich möchte jetzt Kameraoperator werden, ich möchte im Schnitt arbeiten, ich möchte Sound Engineer werden oder ähnliches. Sound Engineer war tatsächlich eher noch so ein separates Ding. Da hättest du besser einen anderen Bereich gewählt, anstatt Film zu studieren. Weil tatsächlich Audio Engineering auch beigebracht wurde. Ob es sich am Ende lohnt, die 15.000, 20.000 Euro in die Hand zu nehmen und das Ganze durchzuziehen für drei bis vier Jahre, obliegt bei dir. Ich kann tatsächlich nur empfehlen, ich selber habe es am SAE-Institut in Köln gemacht. Schaut euch einen Takt der offenen Türen an, schaut euch die Universität an, schaut euch die Dozenten an, schaut euch das Equipment an, schaut euch alles an, lasst euch beraten und entscheidet am Ende selbst. Mir hat das viel gebracht, habe ich was draus gemacht, noch nicht so viel, wie ich es gerne machen würde, aber da sind wir auf dem Weg hin. Also, kann ich eine Filmschule empfehlen? Ja. Ja. Mir hat es, wie gesagt, viel gebracht und ob es was für euch ist, schaut es euch selber an. Und wenn nicht, die Mischung aus beidem ist vielleicht auch eine gute Option. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, lasst gerne einen Kommentar da. Wenn ihr selber Film studiert habt und Erfahrungen gemacht habt, schreibt es auch unten in die Kommentare. Mein Bachelorfilm ist auch nochmal unten unter dem Like-Button verlinkt. Den Like-Button könnt ihr gerne drücken, wenn euch das Video gefallen hat. Vergesst nicht zu abonnieren und das Ganze mit euren Freunden zu teilen, die vielleicht auf dem Sprung sind, Film zu studieren. Oder für die das eine Option wäre. Und vergesst nicht, die Glocke noch zu aktivieren, um immer benachrichtigt zu werden, wenn ihr ein neues Video bekommt. Also, bis dahin, happy shooting, natürlich mit der Kamera, und go outside, ExploNature. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal.